Hey Internet und YouTube zurück mit dem Slender Kapitel 3 oder whatever Wir sind, wir müssen Genau, zum Leuchtturm Alles klar, hinter mir ist nichts Ich bin entkommen, alles wird gut Oh no, das erste Häuschen, es wird gleich dunkel Aber, oh Gott, die haben wir noch Okay, schon wieder unterwegs Hier rein, komm, komm, komm Was auch immer ich jetzt Explosions Nice Fake Ja, ich gehe im Best Hier Also mein Instinkt und mein Instinkt täuscht mich nie Ja, Gebäude Hallo Da ist zu dunkel Das bedeutet, wir drehen um Ich schätze, hier komme ich sicher nicht raus Das ergibt Kein Sinn Okay Ich weiß, was soll schon passieren Monster Ich halte das für eine ganz schlechte Idee Hier rein zu gehen Also wenn es nach mir geht Hallo Gibt es noch immer die Windows-Installations-CD dabei Und Outlock Benutzt es noch irgendjemand? Endstation Das war super Rätsel gelöst Das Rätsel war Geht es hier hinten weiter Ich habe es gelöst Bin nach hinten gegangen Nein Ah, hier ist es Okay Oh, dann zeigt man mir nicht, dass ich hier irgendwelche Schalter Okay, ein Schalter wäre nicht so Oh, hier geht es wieder raus Das war jetzt nicht so schwierig Das könnte natürlich ein Hinweis sein Okay Ich glaube, der Hinweis will mir sagen Ich muss nach rechts Get to the Tower Get to the Tower Not to the Tower Jetzt Es leuchtet Kann ich dich beklicken? Okay, diesmal Gut Sechs Generatoren Okay, I see I understand Okay, hier geht es rein Okay Das scheint mir nicht so schlimm zu sein diesmal Hallo Ich kriege doch jetzt eine Waffe, oder? Ich finde, das habe ich mir verdient Oh, Nummer zwei Nummer zwei Total easy Klick Klick Oh shit, we go Ja, vielleicht gehen wir einfach hier durch die offenen Okay Number two Ich weiß nicht, wo das Problem sein soll Easy Was ist das? Ich sehe jemanden am Klo Wer läuft hier? Jesus Christ Was ist denn, was ist denn, was ist denn? Du, ich habe Hätte ich das nicht einschalten sollen? Hast du was dagegen? Okay, wie werde ich dich los? Wie töte ich dich? Die Taschlampe auf den Kopf fahren Was soll ich jetzt machen? Jesus Oh, da ist er noch immer hinter mir Okay, kein Problem Hast du einen Helm auf? Er hat keine Ahnung, wo ich bin Total abgehängt Den Idioten Okay, hier rein Oh, no, no, no Die Musik ist wieder da No, 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 no Okay, warte, warte, warte Warte Ich baue nur noch vier Stück Vier Stück Das ist überhaupt kein Problem Das ist großartig Ich werde mich ja zwanzigmal Zäcker verlaufen Geschätzt Vielleicht sind es Zweiundzwanzig No, 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 no Okay, einundzwanzig Okay, gib mir Ha, ha, ha Nummer drei I I C Easy Easy Nur noch drei Stück Was zum No Ich bin trotzdem reingegangen Oh, shit Okay Go, go, go Go, chatto Du Können wir drüber reden? Nein, können wir Nicht Au Kommst du hier runter? Du musst den ganzen Weg zurücklaufen Oh, depp Okay, drei Lauf Geht mir die Energie aus? Das ist schon laufen Okay Komm, gib mir noch drei Stück Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Na super Kommt, verpiesel Aus jetzt No Lauf Go Generator Er hat irgendwie immer den vorbeilaufenden Generator gesehen Schreibt den Kommentar jetzt Das Video ist noch nicht da oben Der Plan funktioniert Ja, sicher ist er wieder Jetzt geht ein Ihr gebt mir alle überproportional im Sack Echt Hier ist ein Ding Vier Na, was machst du jetzt? Oh nein, da kommt der Minis Depp Minimis Länder Was da was? Was da Lass mich los Ich konnte nicht los Ich lebe Ich lebe So hat sie mich weiblich aus Also hat sie schon weibliche Züge, fand ich Geht mal auf Zau Wenn ich Einkaufen gehe Reinen sie mir auch noch Bap, bap, bap Fünf Fünf Gibt's ja los Die sehen doch alle so aus Ah, jetzt bin ich Hier Hätte ich die andere Richtung gehen sollen? Okay Ah, du Bah Du, okay, Musik Du Jesus Christ Ah, ich bin hier Einmal rundherum Okay, ganz Ah, da ist der Daddy Oh shit Oh, what? Das ist Cheaten Ich kann Gott Ich hatte fünf Fuck Okay Fünf Hatte ich Das ist zum Kotzen Ich konnte nichts tun Ja, danke fürs Öffnen Ich könnte mich nicht mehr umdrehen Und flüchten Ich könnte es noch nicht so betrunken Mit der Hallo? Okay, die Wer hat die Generatoren versteckt? Oh no Ich bin hier an einer anderen Stelle Superb Das finde ich jetzt Weniger Sexy Die werden fast so sexy Wie die mir nachgelaufen sind Ich merke fast keinen Unterschied zwischen Sprinten und Normal gehen Fünf Ah Kotzt mich das an Das ist so ungerecht Das ist so ungerecht Ja, großartig Wo sie Sehe ich nicht mal einen jetzt Weil ich sind sie weg Weil ich sie schon aktiviert habe Und ich muss den Mist nicht nochmal suchen Muss man den letzten finden Okay, hier ist auf jeden Fall einer Was steht jetzt? Sechs von sechs Zwei Super Das ist echt Echt klasse Wo sind die Fans? Grün In diesem Mini Oh oh No, no, no Rauf oder? Ja, es gibt hier keine Ahnung Ah, da hinten kommt er Komm Go Boah, du mit deiner Ahnung Du hast genauso viel Ausdauer wie ich Das ist ja Wahnsinn Ja, zehn Meter laufen Völlig am Ende Ja gut, keine Ahnung Wie schwer die Taschenlampe ist Verrückt sich Nummer zwei Zwei Nummer drei Klick, klick Drei Einfach weiterlaufen Ah, shit Das hier Was soll Jetzt ist doch Quatsch Und der auch noch Und das Also ein Blödsinn Also Was soll ich denn? Also Okay Das kann jetzt Stunden dauern Und deswegen Sehen wir uns beim sechsten Generator Alright Alright Wir sind beim letzten Wir sind beim letzten Im Klo Natürlich Sechs von sechs Komm her Komm Gib's mir Okay Total easy Ich hab nur Welches Jahr Schreiben wir Ich hab die Zeit vergessen Beim Probieren Warum ist die Musik noch hier? Oh shit Ich muss noch zurück zum Aufzug Oh shit Ich muss ja noch zurück zum Die haben mich zweimal erwischt Wo? Hier, oder? Hier Nicht blinken Nicht blinken Nicht blinken Hier ist der Aufzug Geht unter Dauer Komm schon Drück geht Drück Haha Du bist ein Hässliches Kleines Viech Oh oh War's das noch nicht? Hab ich's Noch nicht? Nein Natürlich nicht F5 Loading Und mein obligatorischer Absturz Wahrscheinlich